Herzlich Willkommen zum Nordlichter-Podcast. Seit September 2023 leben meine Familie und ich im Süden Norwegens. Hier könnt ihr mithören, wie es uns im neuen Land ergeht, was uns begegnet und wie sich das in unseren Herzen anfühlt. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Nordlichter-Podcasts. Ich freue mich, dass wir jetzt zu Beginn des Frühlings und zur Osterzeit in die vierte Staffel mittlerweile schon starten. Und genau das soll jetzt auch das Thema hier sein, nämlich wie wird Ostern in Norwegen gefeiert. Natürlich gibt es da jetzt keine pauschale Anweisung, sondern ich kann wie immer nur berichten, was ich hier so mitbekomme, was ich lese, was mir Leute erzählen und das wollte ich mit euch teilen. Also hier ist ja jetzt Ostern diese Woche und in Norwegen ist es oft so, dass schon am Mittwoch ein halber Tag oft freigegeben wird. Der Donnerstag, also bei uns Gründonnerstag, ist hier schon bereits ein Feiertag. Der Karfreitag ist ebenfalls Feiertag. Dann kommt der Ostersamstag, der Ostersonntag logischerweise und auch der Ostermontag sind ein Feiertag. Und dadurch, dass dann häufig der Mittwoch schon halb frei ist, nutzen die Norweger das also sehr stark, die Osterfeiertage in ihren Hütten zu verbringen. Und ein ganz großes Thema ist es eben auch, dass man nochmal die letzte Skisaison mitnimmt. Also das ist hier extrem beliebt in den Osterferien und den Osterfeiertagen, dass man eben nochmal in den Schnee fährt und die letzten Skitage mitnimmt. Das ist ein Aspekt. Es gibt aber auch einige, die dann die Osterfeiertage und die Osterferien dazu nutzen, einen Städtetrip zu machen. Das sind so die zwei meistgewählten Varianten. Die Osterfeiertage gehören hier auch neben klassischerweise Weihnachten und dem 17. Mai, dem norwegischen Nationalfeiertag, zu den beliebtesten Feiertagen. Also alle freuen sich auf Ostern. Auch in meinem Yoga-Kurs letzte Woche wurde schon immer Go Pass gewünscht, also fröhliche Ostern. Und alle sind klassischerweise eben an Ostern irgendwie unterwegs. Was auch zum Ostern dazugehört, ist eigentlich ein ganz interessanter Aspekt hier, ist, dass es Krimi-Zeit ist. Und zwar ist es eben so, dass alle Verlage hier gerade zu Ostern Krimis erscheinen lassen. Also alle neuen Krimis erscheinen klassischerweise zu Ostern und jeder liest dann Krimis. Und auch im norwegischen Fernsehen kommen abends dann Krimis. Also Ostern ist hier auch gleichzusetzen mit Krimi-Zeit. Neben den Krimis gibt es auch die sogenannten Paskenötter. Also die Osternüsse, das sind aber keine Nüsse zum Essen, sondern dabei handelt es sich um Rätsel. Also es wird neben den Krimis auch ordentlich gerätselt zu Ostern. Das heißt auch, dass im norwegischen Fernsehen abends irgendwelche Rätsel-Sendungen kommen. Also ich wollte jetzt mal da reingucken. Ich habe bisher noch keine gesehen. Ich habe nur drüber gelesen. Aber was auch ist, man sieht es jetzt hier schon ähnlich wie an Weihnachten, auf den Milchpackungen sind sofort Ostermotive und auch Osterrätsel drauf. Also so Bilderrätsel für Kinder und so weiter. Also das Thema Rätsel ist hier an Ostern auch ein großes Thema. Neben den Rätseln ist es auch so, dass jetzt hier gerade die ganzen Läden bei uns hier in Stavanger oder einige der Läden auch zusammen zum Teil in Kooperationen Gewinnspiele anbieten. Also über die sozialen Medien werden dann hier auch Ostergeschenke verlost. Das ist also auch ein Aspekt, also Rätsel, Gewinnspiele und Krimis gehören hier ganz fest zum Osterbrauchthuen dazu. Und was tatsächlich sehr anders ist als bei uns in Deutschland, ist, dass es hier keine gefärbten Hühnereier gibt. Also bei uns sind ja immer dann die Eier gefärbt schon in den Regalen oder man färbt eben zu Hause. Das gibt es hier gar nicht. Also ja, es wird auch Eier in allen Varianten gegessen zu Ostern, aber sie werden nicht angemalt. Also ich habe hier auch noch nirgendwo Ostereierfarben gefunden oder auch kein gefärbtes Ei im Supermarkt, nichts. Wobei tatsächlich es im Moment schon so ist, dass es eine sogenannte Eierknappheit hier gibt. Also im Moment ist es in den Supermärkten auch schon schwierig, überhaupt noch Eier zu bekommen. Wo wir gerade bei den Eiern sind, ist ja auch die Frage, was wird hier zu Ostern gegessen? Und es wird vorwiegend Lamm auch gegessen. Es gibt aber nicht so wirklich klassische Ostergerichte. Es wird auch oft Fisch gegessen. Ja, die Lokale haben zum Teil auf, aber es ist auch wiederum mehr ein Fest, was dann zu Hause verbracht wird. Es gibt hier auch Lokale, die so Osterboxen anbieten, also wo man dann schon ganze Menüs praktisch mit nach Hause nehmen kann, die so vorgekocht sind. Also das gibt es dann auch. Ja, mit den Ostergeschenken und den Süßigkeiten zu Ostern verhält es sich hier also auch ein bisschen anders. Also wir machen es klassischerweise so oder haben es so gemacht, dass natürlich viele Eier und Süßigkeiten versteckt wurden, die gesucht wurden. Und die wurden dann über die Osterfeiertage gegessen. Hier ist es so ein bisschen anders. Also mal abgesehen davon, dass man hier bei weitem nicht diese Vielfalt und Menge an Süßigkeiten für Ostern findet, die es in Deutschland gibt. Gibt es hier so Eier aus so Pappmaché, viele kennen das vielleicht noch von früher, mit so Hasenmotiven drauf, die man so auseinandernehmen kann, dass es praktisch zwei Teile sind. Und diese Eier werden befüllt. Das heißt also, jedes Kind oder jeden, den man beschenken möchte, bekommt ein Ei, was ja relativ groß ist. Das gibt es auch in unterschiedlichen Größen und dieses Ei ist dann befüllt. Deswegen gibt es hier auch viel mehr so Eier, die nicht einzeln verpackt sind, sodass man sie gut verstecken kann, sondern eben so Schoko-Eier, die aber dann in einer Tüte sind, aber nicht mehr an sich verpackt. Die kommen dann eben in diese Eier rein und dieses Ei wird dann auch versteckt. Und ich habe das jetzt von jemandem gehört, dass es bei denen so ist, dass die praktisch wie so eine kleine Schatzkarte machen und die Kinder dann diese Schatzkarte bekommen auf der Suche nach diesem einen Ei, was dann mit unterschiedlichen Sachen gefüllt ist. Was ich im Prinzip auch eine ganz schöne Idee finde, wenn man das vor allem nicht anders kennt. Bei uns ist es halt so, es wurde halt immer alles Mögliche versteckt und man hat dann länger gesucht. Wobei ich denke, mit so einer Schatzkarte sucht man garantiert auch eine ganze Zeit lang. Ja und etwas, was zu den sogenannten Ostersüßigkeiten hier auf jeden Fall dazugehört, sind Orangen. Also Orangen werden in rauen Mengen hier zu Ostern gegessen und auch Marzipan. Also Marzipan ist, sag ich mal, die Süßigkeit Nummer eins, die an Ostern verschenkt wird. Also von den paar Sachen, die es hier zu kaufen gibt, sind garantiert 80 Prozent mit Marzipan. Also für die, die das nicht mögen, ist es schon ein bisschen blöd. Ja und halt eben Orangen und dann auch die klassische Süßigkeit Norwegens, der Quick Lunch. Und Quick Lunch, für die, die es nicht kennen, das ist so eine Art Kit Kat. Also schmeckt eigentlich ziemlich ähnlich wie Kit Kat. Es sind auch so vier dünne Schokostreifen mit Waffel drin. Und außen ist es so rot, grün und gelb verpackt. Ja, also zu jedem Ostergeschenk gehört hier wohl eine Orange und ein Quick Lunch auch dazu. Also Quick Lunch für schnellen Lunch sozusagen. Also eine schnelle kleine Pause ist praktisch die freie Übersetzung dafür. Noch eine kleine Info zu den internationalen Süßigkeiten in Anführungszeichen. Also wir haben hier zum Beispiel auch einen Laden, da gibt es auch den goldenen Lindhasen. Der kostet dann aber in der kleinen Variante, also nicht in der ganz kleinen, aber in dieser mittleren Variante so um die acht Euro. Also wenn man jetzt hier so ein bisschen andere Süßigkeiten haben will, als die Norweger sie haben, kosten die natürlich auch entsprechend ihr Geld dann hier. Was man aktuell in den Supermärkten auch schon viel sieht, sind Würstchen in allen Varianten. Weil auch die Grill-Saison so langsam hier losgeht und viele die Osterfeiertage dann auch schon nutzen, um zu grillen, um Würstchen auf den Grill zu legen. Und das ist ja auch so, dass wenn man wandern geht, oftmals überall auch kleine Grills stehen, die man dann eben kostenlos nutzen kann. Und dann macht man eben eine Wanderung und legt sich seine Würstchen auf den Grill. Und das ist natürlich dann gerade auch, wenn die Feiertage sind und das Wetter hoffentlich schön sein wird, eine sehr schöne Tradition Ostern zu begehen. Ja, ich hoffe, dass euch der kleine Ausflug in das österliche Norwegen gefallen hat. Ich wünsche euch Go Paske, also schöne Osterfeiertage, genießt die Ruhe der Zeit und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.